Ich begrüsse euch zur dieswöchigen Ausgabe des Veranstaltungs-Kalenders. Ich bin Emanuel Drador Steve und sage euch, was diese Woche so ansteht. Das Comedy-Highlight des Jahres ist Marco Rima. Er tritt am Freitag und am Samstag in Bern auf im National. Der Meister in Schweizer Comedy tritt auf mit seinem neuen Bühnoprogramm Helvetia. Unter anderem werden die Schwerpunkte für sein Programm sein, seine Kindheit und der typische Eidgenoss. Mehr Infos zu seinem Programm, seiner Tour oder zu den Ticketspreisen findet ihr unter www.marco-rima.ch Zum ersten Mal findet Master of Dirts in Bern statt, in der Post-Finanz-Arena. Wer also Fan ist von explosiven Shows, Motocross-Jumps oder einfach allgemein Action, Stunts und alles darum herum mag, muss sich das sicherlich ansehen. Wie sie selbst sagen, in einem komplett neuen Show-Format trifft Extremsport auf grosses Entertainment. Dort brennen also nicht nur die Reifen, sondern auch die Luft. Also, es wird ziemlich laut, wild und heiss. Mehr Infos zu Ticketpreisen oder zu Ihrem Event findet ihr auf www.mastersofdirt.com Das wär's gewesen für die deinswöchige Ausgabe vom Veranstaltungs-Kalender. Vielleicht konnte ich euch helfen mit der Wochenplanung und wenn nicht, schaut doch nächste Woche vorbei. Vielleicht ist dann etwas für euch dabei. Und bis dahin könnt ihr euch noch wahnsinnig interessiert in meinem YouTube-Kanal schauen, um zu schauen, was ich noch so nebenbei mache. Und bis dahin sage ich Tschüss! 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 Tschüss!